Ich bin Heike, ich bin dieses Jahr 30 geworden, immer noch im alten Look und jetzt auch noch ein bisschen. Der, seit du diesen Raum betreten hast, strahlt, als ob es ja nichts besseres geben könnte. Vom Make-up her so ein bisschen was gemacht, eben was auch mit den Tönen.